Schön, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Euromax Leben und Kultur in Europa. Wir nehmen Sie gleich mit auf das größte Sandskulpturen-Festival der Welt. Dies sind unsere Themen. Das Sandskulpturen-Festival in Ostende steht seit 2010 im Guinness Buch der Rekorde als größtes Sandskulpturen-Festival der Welt. In diesem Jahr feiert es sein 20-jähriges Bestehen. Und dafür haben sich die Künstler ganz besonders ins Zeug gelegt. Auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern sind dieses Mal viele beliebte Disney-Figuren entstanden. Zum Teil bis zu 12 Meter hoch. Wir haben die Sandskünstler schon vor der Eröffnung bei den Vorbereitungen getroffen. Deutlich ausgebaut wurde gerade eines der beliebtesten Museen in London. Das und mehr kurze Geschichten aus Europa haben wir jetzt im Euromax Express für Sie. 1926 im englischen Newbury geboren. Seine letzte Paddington-Geschichte, Paddingtons Finest Hour, war erst im April erschienen. Vor allem in Großbritannien begeistern die Abenteuer des höflichen Beeren im Regenmantel groß und klein. Erst in Büchern, später auch in Fernsehserien und Hörspielen und sogar im Kino. Wir Frauen haben es beim Thema Alkohol manchmal nicht leicht. Bestellt man Champagner, gilt man als viel zu schickimicki. Trinkt man Bier als zu kumpelhaft. Die Lösung könnte jetzt aus der süddeutschen Stadt Freising kommen. Denn dort haben drei Studenten ein Champagnerbier erfunden. Cerevisium 1516 heißt es und ist das erste Bier, das nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516 gebraut wurde. Im klassischen Herstellungsverfahren für Schaumwein. Unsere Wohnrubrik Euromax Ambiente führt uns heute in die italienische Stadt Mailand. Die Menschen dort sind ja bekannt für ihren besonderen Sinn für Mode, Design und Architektur. Und so findet man in Mailand viele sehr geschmackvoll eingerichtete Häuser und Apartments. Die Architektin Giovanna Cornelio lebt in einer 280 Quadratmeter großen Maisonnet-Wohnung hoch über den Dächern der norditalienischen Metropole. Und das in einem Haus, in dem man so eine Wohnung wahrscheinlich eher nicht erwarten würde. Tja, Mailand wäre doch vielleicht auch mal ein Ziel, oder? In vielen Bundesländern haben in dieser Woche die Sommerferien begonnen. Die Hauptreisezeit für die Deutschen. Wie vielfältig die Möglichkeiten für einen Urlaub hier in Europa sind, zeigen wir Ihnen in unserer Serie Reiseträume in dieser Woche. Nach wie vor beliebt sind Städtereisen. Gerade die Kombination aus Sightseeing, Shopping, Kultur und guten Restaurants macht die Kurztrips so attraktiv. Und wir freuen uns über all die vielen Fotos, die uns schon zu unserer Zuschaueraktion in dieser Woche erreicht haben. Wie dieses DW-Reiseset mit allerlei Zubehör, das Ihren nächsten Urlaub bestimmt noch schöner macht. Noch können Sie mitmachen. Alles, was Sie wissen müssen, finden Sie unter dw.com-lebensart. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns morgen gerne wieder zu einer neuen Ausgabe von Euromax. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.